Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dune 2000 und mit der letzten Mission der Atreides. Jawohl, Freunde, es ist soweit. Wir haben die Outlaws ja beim letzten Mal richtig platt gemacht und hatten da unsere Probleme mit der Mission, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, jetzt geht es erstmal weiter hier und jetzt geht es auf den finalen Showdown zu, würde ich mal sagen. Ich nehme mal die rechte Seite. Imperator, wir kommen und hol dich. Die ne krasse, die letzte Mission. Ja, unsere Operation sind zwei Lager aufgeteilt. Okay, denn nur zwei. Also, jetzt haben wir hier Verbände und treten sie gegen die verbündeten Truppen der Harkonnen und des Imperators an. Ach, du Scheiße, Freunde, das auf einen Sieg hängt von ihnen ab. Lang leben die Kämpfer. Um Gottes Willen, aber ich habe mal wieder keinen Sound, also ich würde mal sagen, bis gleich. So, Freunde, ja, da bin ich wieder. Oh je, oh je, hä? Ich kann ja doch Truppen bauen. Oha, und ich habe hier einiges an Panzern zur Verfügung. Okay, krass, und einiges an Kohle. Und ich habe hier schon so ein paar Sachen stehen. Das ist sehr praktisch, muss ich ganz ehrlich sagen. So, aber ich muss jetzt aber erstmal gucken, halt, wie die Mission hier so aufgebaut ist, weil hier gibt es ja anscheinend mehrere Eingänge. Kann ich... Nein, kann ich nicht. Warum kann ich keine Linksbauen-Raketentürme? Hä, das verstehe ich jetzt nicht. Äh, was haben wir denn hier alles? So, erstmal gucken. Hm, Moment, die Einheiten lasse ich mal... Da stehen zwei Türme. Ich weiß jetzt aber auch leider nicht, wo die Gegner herkommen. Ich bin gerade noch so ein bisschen... Noch nicht ganz da, sag ich mal, aber ich... Was kann ich denn schon mal bauen? Äh, ich... Ich warte erstmal ab, auf jeden Fall, bis das Ding hier fertig ist. So, dann baue ich jetzt auch noch eine große Betonplatte. So, Freunde, ja. Letzte Mission, ich habe es mir hier schön gemütlich gemacht. Äh, mit... So, alles klar. Ja, ich habe es mir schön gemütlich gemacht mit einem schönen... Was habe ich hier? Blackberry Cider von Summers B. Und, äh, ja. Damit müsste doch die Mission jetzt zu schaffen sein mit der kleinen Stärkung hier. Und, äh, ja, wie gesagt, also letzte Mission, Freunde, das kann was werden. Das kann was werden, um Gottes Willen. Neue Bauoption, das heißt, das Ding ist abgegradet. Hier ist schon mal zu, das ist schon mal ganz gut. Also erstmal die Karte erkunden. Ich bin auf alles gefasst und deswegen baue ich jetzt auch erstmal eine schwere... Hier ist doch offen. Scheiße. Deswegen baue ich jetzt erstmal eine schwere Panzerfabrik. Äh, damit ich gleich die Raketentürme direkt bauen kann, weil ich habe... Oh, Gottes Willen, was ist das denn da? Ah, weg da. Ich habe von der letzten Mission gelernt, Freunde. Ich habe definitiv gelernt. Und nur noch am Anfang direkt Raketentürme bauen und nicht hier keinen Stress machen. Auf keinen Fall. Und, äh, boah, letzte Mission. Das wird jetzt... Das wird ein Akt jetzt, Freunde. Das wird ein Akt. So, Raketentürme, da sind sie. So, direkt bauen, weil die Mauern hier, die werde ich verkaufen. Werde ich da Raketentürme hinstellen, ja. Die Mauern, die braucht kein Mensch hier. Um ehrlich zu sein. Und der Panzer. Ich werde nämlich direkt voll auf Waffen sitzen hier. Definitiv. Weil man... Die Emissionsumschreibung hat mir Angst gemacht. Irgendwie. Wenn man sich hier definitiv verteidigen muss. Und das leckt kurz. Das gefällt mir gar nicht, Freunde. So, das gefällt mir gar nicht. Ich werde jetzt erstmal die, äh... Mauern hier verkaufen. Weil der Imperat, der... Der Typ mit den großen Augenbrauen. Sag ich jetzt einfach mal. Äh, der wurde ganz schön bedrängt da in der K10. Und das sah nicht so gesund aus, was da passiert ist. Und deswegen... Baue ich jetzt erstmal ein paar Waffen. Um mich, äh... Um mich verteidigen zu können. Bestätigten Wendel. Und währenddessen... Auf euch... Auf euch... Einen Schluck Äpfelzweiler. Mh, da oben kommt er schon. Nicht sein Ernst. Okay, ich brauche Einheiten hier oben. Kommt noch hier hoch. Mach mal einen Raketenturm hin. Oh, der ist schon... Oh, die Einheiten hier hätte ich... Ja, scheiße. Ja, fahr da drauf, komm. Fahr da drauf. Sehr schön. Gut. Boah. Ja gut, die Minitürme brauche ich eh nicht. Die... Die brauchen nur unnötig Energie, sag ich jetzt einfach mal so. So. Scheiß Raketentanzer. Weg damit. Gut, also die Einheiten müssen hier oben bleiben. Alles klar. Was ist das denn da für einer? Das... Da ist ein Lila, ne? Was ist das für einer? Lila. Was sind das für welche? Meine Güte, da wollte man einfach mal was trinken und schon wird man hier belästigt. Das ist ja wohl nicht mehr wahr. Oh Mann. Aber ich glaube... Wo ist mein Shrike? Hier ist mein Shrike. Schön in der Art Bucht drin, ne? Ach hier, diese mysteriöse Musik. Für den Herzog. Bau einfach mal einen Sammler, komm. Upgrade. Dann upgrade das Ding mal. So, da ist ein Wurm. Der kommt, aber das... Kann man verhindern, dass der mich frisst. So. Einfach weiter hier Raketentürme bauen. So, erstmal das Wichtigste. Aber die Kohle geht gleich aus. Das ist nicht gut, Freunde. Für den Herzog. Wie gesagt, erstmal verteidigen. Das ist, glaube ich, hier erstmal... Ach du Scheiße. Was kommt denn da schon wieder? Komm. Kommt. Ich brauche euch hier unten. Ja. Für den Herzog. Bereit, Kommandor. So. Weißt du was? Fahr du einfach drüber da. Ich glaube, damit tue ich mich... Damit tue ich mich leichter, wenn ich hier einfach drüber fahre. So. Ja, komm. Dann fahr da drauf einfach. So. Und weiter drauf fahren. Zack. Gar nicht lange mit rumquälen lassen. So. Mein zweiter Sammler ist fertig. Das ist schon mal sehr gut. Und zack. Nächste Tor. So, dann kann ich den ja verkaufen hier. Auch diese Mauern da. Ich glaube, hier muss ich einfach nur richtig krass verteidigen. So. Dann brauche ich hier oben eigentlich keine Einheiten mehr. Nö. Dann packe ich die mal in die Mitte wieder. Aber das ist gut, dass hier nämlich auch so viel Dings ist. Spice. Das ist richtig gut, Freunde. Kriegt man schön viel Kohle rein. So. Energie sollte noch passen. So. Ich habe ja zum Glück schon drei Kraftwerke. Oder fünf Kraftwerke hier. Nur, dass der Bauhof hier so frei ist, gefällt mir nicht. Aber gut. Hier gibt es ja keine Saboteure, wie letztens bei den Ordos. Das war schon richtig nervig, als wir laufend da die Energien weggenommen haben. Das war schon extrem nervig, ja. So. Während ich hier keine Kohle mehr habe. Auf euch. Bestätigt mit Ende. So. Ah, das schmeckt auch richtig gut, oder? Apple Cider mit Blackberry. Richtig lecker. Richtig lecker, Freunde. So. Da kommt ein Raketenpanzer. Ah, das ist wahrscheinlich... Ich habe da so einen kleinen Tipp erhalten. Äh, die können nicht da drauf... Nein. Doch, die können drauf schießen. Was? Oh Mann. Okay. Ich glaube, ich schaffe dir. Jawohl. Sehr gut. Gut. Energie. Ich habe nämlich so einen kleinen Tipp bekommen vom Mr. Nightworker. Und zwar die Einheiten, die auf der Karte stehen, wenn ich den Bereich von denen erkunde, kommen die zu mir in die Basis gerannt. Und das finde ich krass, Freunde. Nein, das finde ich sehr krass. Da werde ich mich definitiv mit... ...arrangieren müssen. Oh Gott, das will ein Sammler. Was machst du denn da? Was machst du denn da? Fahr doch nicht so weit weg. Was machst du? Fahr doch hier vorne hin. Mensch. Das hat mich gerade schon wieder an etwas erinnert. Was machst du? Du kannst ja auch hier sammeln. Nein, jetzt habe ich es abgebrochen. Scheiße. Ach, Mensch. So, hier unten. Da kommt was. Okay, alles klar. Das geht. So, dann... Drauf da. Weg damit. Ich muss alles verteidigen, ne? Alle Öffnungen. Muss ich quasi zugleistern. Aber hier oben ist erstmal safe. Noch nicht ganz. Ich baue jetzt noch den einen fehlenden Turm. Und, äh, ja, danach. Ah, es hat wieder leicht geruckelt. Das gefällt mir nicht, wenn das so leicht hängt. Das kann nur heißen, dass da irgendwas im Busch ist. Da schießt schon wieder irgendwas. Ach so, das ist mein, okay. Das sind meine Türme, ja. Alles klar. Das passt schon so. So, dann... ...hab ich hier oben jetzt acht Türme stehen. So, dann... ...würde ich mal sagen... ...mache ich mal hier zu. Ja, ich habe von der letzten Mission gelernt, Freunde. Ja, ich muss... Ich will hier keine Scheiße mit der Dings machen. Mit den Betonplatten. Deswegen, so. So, weiter geht's. Ich habe von den letzten Missionen gelernt, ey. Ich habe einfach viel zu früh getaggt. Das ist eine Tatsache, Freunde. So, baut noch einen Sammler. Aha! Ja, sehr schön. Unser Stützpunkt wird angekündigt. Ah, das ist scheiße. Das ist kacke, wenn da die Raketentürme... ...panzer... ...weiter schießen als die Raketentürme. Das ist mies. Unser Stützpunkt wird angekündigt. Ah, jetzt ist der näher dran gekommen. Ja, okay, dann bleibt er unten. Das schafft auch der Turm so. Ach, ja. Speziell, wenn er sich nicht entscheiden kann, worauf er schießen will. Das ist schon mal ganz geil. So, ich habe kein Geld nur wieder. Weil ich noch einen dritten Sammler baue, schade. So, direkt aufbauen hier, Freunde. Direkt aufbauen. So, während der Pause trinke ich nochmal einen kleinen Schluck. Keine Sorge, ich betrink mich schon nicht. Es ist einfach nur der Gemütlichkeit halber. Es ist gerade so schön... ...schön kalt draußen und schön warm hier in der Wohnung. Sonntagabend, Freunde. Was kann man sich da Besseres vorstellen als Dune 2000? Ich würde sagen, nicht viel. Außer noch einen Tag mehr Wochenende. Aber ich glaube, das bleibt eine Wunschvorstellung. So, geht's mal weiter. Äh, da oben kommt wieder... Ah, er hat Verstärkung gekriegt. Ja, okay. Aber die, äh... Jetzt ist da schon wieder so ein Raketenpanzer außerhalb der Range. Das gefällt mir nicht. Verdammt mal. Warum sind die immer außerhalb der Range? So, mein nächster Sammler ist fertig. Das ist schon mal sehr schön. So, dann... ...schieß drauf. So, lass dir Turm in Ruhe. Zieh den mal runter und dann kann der Turm schießen. Boah, das ist ja dreist, was der da macht. Das ist ja richtig dreist hier. Da sammelt der einfach vor meiner Hütte... ...mein, die Kohle weg. Ja, toll. Nein, Energie bauen. Das darf ich jetzt auch nicht vergessen. Jedes Mal hier die ganze Energie bauen. Das muss noch repariert werden. So, wo ist mein Aufklärer? Da ist mein Aufklärer, okay. So, Freunde. Dann würde ich mal sagen, baue ich hier nächsten Energien hin. Ach, richtig schön, oder? Dune, letzte Mission von den Atreides. Richtig krass. Das ist dreist, was der macht. Aber wie gesagt, erstmal werde ich auch keine Flugzeuge hier brauchen, weil schaut mal, wie nah das Weiß an den... ...an den Raffinerien dran ist. Das ist krass. Also an der Raffinerie steht ja erstmal nur eine. Werde aber gleich noch eine zweite bauen. So. Wie gesagt, aber erstmal verteidigen. Das ist erstmal das Wichtigste. Und ich habe kein Geld mehr. Ah, das ist... Das ist kacke. Das ist kacke, wenn jetzt alle Sammler gleichzeitig hier stehen, aber... So, dann schießst du mal da drauf, du wirst eh fast kaputt. Dann kannst du auch direkt... Ah, ne, geht schon. Okay, alles klar. So. Dann, wo ist mein Shrike? Da ist mein Shrike, sehr schön. So, hier unten die Ecke. Äh, da ist nichts. Das ist schon mal ganz gut. Fahr mal dahin, bitte. So. Hier habe ich jetzt verteidigt. Äh, dann kommt jetzt die Mitte, würde ich sagen. Baumann 3x3. So. Dann kommt jetzt die Mitte. So. Wie gesagt, also ich habe aus der letzten Mission gelernt, Freunde. Was kommt da schon wieder? Ah, Sadukas. Ernsthaft. Die sind so krass, die Sadukas. So ähnlich wie die Fremen, Freunde. So ähnlich wie die Fremen. So. Aber das kann ich ja noch verteidigen. Das ist ja kein Problem. So lange der nicht mit diesen heftigen Panzern kommt. Aber ich kann doch Einheiten bauen. Hä? Was meinten die denn? Mit von wegen keine neuen Einheiten. Oh, krasse Mucke. Was meinten die denn da? Wo ist mein Shrike hin? Ah, hier. Vielleicht, dass keine Verstärkungen mehr kommen. Das kann natürlich sein. Dann bauen wir nochmal zwei Türmchen da hin. Wie gesagt, wir anfangen direkt tauern erst mal. Uh, schöne Mucke. So. Aha. Da kommt doch schon mal wieder was. So. Aber ich habe da einen Raketenturm stehen. Das heißt, alles gut. Zack. Und das war's mit dem. So. Und zack. Weg damit. Da haut er schon wieder ab. Ja. Na ja, kannst du ruhig versuchen. Du kommst dann nicht rein. So. Ich habe hier abgeriegelt, Junge. Was? Schießt er schon wieder? Ah, hier. Okay. Das geht aber. Ich glaube, wir brauchen nur drei Schüsse oder so, ne? Ja, vier Schüsse. Ja, okay. Vier Schüsse. Aha. Da ist ein Wurm. Schade, dass der nicht mal die gegnerischen Sammler frisst. Ich hoffe, dass sie Energie noch hält. Ja, sehr schön. Oh. Oh. Aber ziemlich genau, ja? Ja, 100%. Ja, aber wo ist denn jetzt der große Kampf? Was, äh... Was wollten die jetzt damit sagen, großer Kampf? Also, wenn das jetzt hier der große Kampf war, dann bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Weil das war ja gar nichts, was da ankam. Fast gar nichts, ja? So, dann baue ich hier noch zwei Stück hin. Na, und dann hier unten noch zumachen und dann passt die Sache. Aber danach werde ich erstmal tecken, Freunde, weil ich glaube... Die kann ich jetzt abziehen. Nach hier unten. Und, äh... Ja, obwohl, hier müsste ich auch noch den ein oder anderen Turm hinbauen, ne? Ah, das sollte schon passen, so. Jo, weiter erkunden, Freunde. Wie geht's euch so? Also, wie gesagt, mir geht's ganz gut. Schreibt mal in die Kommentare sein und was... Oh, da hab ich's doch... Das wollte ich doch gerade sagen, solange der nicht mit diesem Panzer kommt. Ja, das ist krass. Dieser Panzer ist krass, Freunde. Aber, es klappt ganz gut, ja. Der Sammler war eben lockerlässig da drüber gefahren. Jo. Was ist das denn hier? Ja, dann gehen wir weiter sammeln und gehen wir zurück. So. Geldprobleme scheine ich hier auch nicht zu haben. Das ist schon mal ganz gut. Aber auch nur, äh... Weil ich jetzt die drei Sammler gebaut hab schon. So. Was ist das hier? Schon wieder ein Mäniken. Guck mal, der kann gar nicht schießen. Das ist doch wunderbar, oder, Freunde? So. 105. Ja. Oh, was ist das denn hier? Belagerungswaffen. Interessant. Konstruktion bereitet. Interessant, dass der mit Belagerungswaffen kommt. Zack. Weg damit. So, wo mach ich meine nächsten Energien hin? Ich glaube... Oh. Machen wir die mal hier hin. So. Alles klar. Da schießt schon wieder was. Jawohl, Sir. Ah ja, okay. Also. Jetzt versucht er... Jetzt versucht er... Okay. Alles klar, Freunde. Gut. Ja, das ist easy. Easy peasy, ey. Das ist easy. Ich hab hier alles verteidigt, Junge. Weil ich genau das... Äh! Was ist das denn? Weil ich genau das gewusst hab. Was ist das denn? Was ist das denn? Ey. Komm mal rein hier. So. Weg damit. So, dann zieh die mal hier rein und sammel sowieso mal hier. Und weg. Sehr schön. So. Wunderbar. Oh, das sind viele Manikon. Das sind viele Manikon. Dann Sammler. Das sind viele Manikon. So. Aber das ist kein Problem. Dann fährt der Sammler nämlich jetzt mal... Da drauf. Einfach. So. Oh, scheiße. Nein. Weg da. Weg da. Weg da. Weg da. Weg da. Weg da. Verdammt. Das war ein Selbstmordkommando fast. Oh, Gottes Willen. Nein. Verdammt. Egal. Äh. Jetzt kommt dieses blöde Manikon. Mir hinterher. Das sind Sadukas. Okay. Warum haben wir jetzt Sadukas kommen? Oh, da ist ein Wurm. Wöhmchen. Der kommt. Ja, der kommt. Okay. Dann bleibt man hier. Ey. Ja, der kann hier einfach reinfahren. Das ist... Das ist jetzt nicht so doll. Nee. Dass der hier einfach reinfährt, Freunde. So. Das gefällt mir gar nicht, dass der hier einfach so reinfährt. Das heißt, ich muss da oben noch so ein paar Verteidigungsanlage hinbauen. Ach, verdammt. So. Jetzt. Alter, der nervt ja richtig hier. Okay. Müssen da noch zwei Türme hin. Oh, ich brauche sie los. Okay. Dann bauen wir noch einen Sammler. Alles klar. Zack. Weg damit. Was ist das? Ach, das ist der Wurm. Okay. So. Dann baue ich jetzt mal hier. Ah. Nee. Drei will ich eigentlich... Zwei. Okay. Das passt doch. So. Wie gesagt, Freunde. Erstmal verteidigen. Danach decken. Das habe ich jetzt hier gelernt. Die letzte Mission, die war echt anstrengend. So. Bauhof haben sie platt angegriffen. Okay. Raffinerie auch. Ja. So. Dann baue ich gleich noch zwei Raffinerien. Mache ich hier hin am besten. Weil, ähm... Hier unten ist auch jede Menge Kohle. Oh, jetzt habe ich auf einmal zu wenig Geld auf einmal. Super. So wird man seine Kohle auch los. Aber das passt. Der vierte Sammler läuft gerade vom Stapel. Das ist ganz gut. Perfekt. So. Jetzt habe ich hier erst mal verteidigt. Meine Güte, Freunde. Meine Güte. So, dann fährst du mal da hin. Alles klar, wo ist mein Shrike? Weiter erforschen. Hier ist mein Shrike. So. Wie gesagt, ich finde es hier echt schade, dass es da nicht so etwas gibt wie bei Commander Conker, so einen Forschungssatelliten, der dann einfach alles erforscht für einen. Das finde ich sehr schade, dass man die ganze Karte sehen kann. Aber dann erforscht man sie halt einfach, ne? Ja, das ist... Ja, gut. Komm, fahr mal da rein. Gleich siehst du ja was da. Die sind schon wieder voll, alter. Krass. So, dann würde ich sagen... ...baut. ...baut. Äh, baue ich jetzt mal die beiden nächsten Raffinerien. Und der Track, der will irgendwie nicht da reinfahren. Keine Ahnung warum. Konstruktion bereit. So. Raffinerie Nummer eins. Zack. Ne, erst mal, äh... ...geldzufuhr. Das ist ganz wichtig, Freunde. Geldzufuhr. Ja, aber... So. Danach, äh... ...werde ich jetzt... Danach werde ich auch anfangen zu attacken. Also es geht hier Schlag auf Schlag schon. In der letzten Mission, dass es so schnell wird, finde ich schon ein bisschen krass, ja. Soll ich mal den roten Sammler angreifen? Das wäre lustig, wenn ich das machen würde. Weil dann, äh, ja. Könnte ich die Mission, glaube ich, vergessen, weil er dann mit allem kommt, was er hat. Oh, Mann, oh, Mann. So. Ah. Wo? Hä? Wo denn? Ist doch gar nichts. Ah, wo ist der vierte? Wo ist der vierte? Der sammelt schon wieder da ganz oben. Ey, das ist ja wohl... Fahr doch hier hin. Ja, war doch... Ist doch klar, dass du da angegriffen wirst, Mensch. Verdammte Kacke. Was war... Ach, du Scheiße! Bist du verrückt? Oh. Hat der... Hat der Blödmann jetzt den Sammler angegriffen, ey? Ich kann's... Ich... Ah, shit. Na, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Scheiße! Aber egal, ich habe erst mal verteidigt. Verteidigt. Oh, Gottes Willen. Ich habe jetzt erst mal verteidigt hier. Buff. So. Buff. So. Ah, das ist das, was passiert, wenn... ... man einen Sammler von dem angreift. So, nächste Raffinerie, bitte. Aber... ... ist nicht so schlimm, ne? Ich habe sie ja verteidigt hier alles. Ich glaube, wenn ich jetzt die Türme noch nicht hätte, sieht das ganz extrem schlecht für mich aus. Das sind wieder so komische Lila, ne? Okay. Ach, da ist schon wieder so ein Raketenpanzer, der nicht in der Range ist. Ich weiß immer noch nicht, was die Lila nun für welche sind. Ich glaube, das sind Befreundete von den Harkonnen, kann das sein? Und welche... Ja. Oh, Raketenpanzer, weg damit. Dieser Mini-Panzer hier, ja? Ach, du Kacke. Weg da. Lock die rein, komm. Nein! Na, da kommt wieder ein Megapanzer. Aber den kann ich verteid... Alter Schwede. Boah. Jetzt geht's aber... Hä? Ah, Maniken. Uh. Da haben sie mich irgendwo... Hä? Oh, ne Energie. Oh, shit. Okay, krass. So, dann. Oh, jetzt geht's aber ab hier, Freunde. Jetzt geht's aber ab. Jetzt geht's ab, Freunde. Fahr die... Fahr die kaputt, komm. So. Oh, Gottes Willen, ey. Lass doch mal meinen scheiß Sammler in Ruhe. Alter, Schwede, ey. Boah, jetzt geht's... Alter. Manneken. Diese Manneken, Freunde. Ich brauche Schallpanzer. Ich brauche unbedingt Schallpanzer. Scheiß da, du Kars. Ich brauche unbedingt Schallpanzer. Oh, um Gottes Willen. Keine Gebäude verlieren, bitte. So, ich brauche jetzt X-Forschungszentrum. Das ist mir jetzt erstmal egal. So. So. Weg damit. Was sind das überhaupt für welche hier? Die Lilanen da. Oh, je, oh, je. Okay. Ach, du Scheiße. Jetzt kommen da noch... Fahr du mal ein Stück vor. Und mach die kaputt. So. Das packst du. Alles klar. So. Ich brauche unbedingt dieses Forschungszentrum. Ich brauche unbedingt Schallpanzer für die Manneken. So, dann präpariere die mal alle. Sehr schön. Aber das haben wir verteidigt. Das ist schon mal sehr gut, Freunde. So. X-Forschungszentrum. So. Dann baue ich nämlich Schallpanzer. So, haben wir jetzt hier noch irgendwo so einen blöden Eindringling? Ne, ich glaube nicht. Ja, das hier ist doof, ja. Dass da Manneken reinkommen können. Hm. Ja, doof, ja. Egal. Was ist das? Sammler, okay. So. X-Forschungszentrum. Direkt die Schallpanzer bauen. Was ist das denn hier schon wieder? Tümchen nachbauen. Alles klar, Freunde. In diesem Sinne, auf euch. Ach ja, baue mal einen Trike, bitte. Ich werde das nämlich schon ganz gerne weiter erforschen. Und ich glaube, dass ich zwei Waffenfabriken baue. Ich glaube, das bringt nichts. Oder bringt nicht so viel. Ich weiß es gerade nicht genau. Also, Einheit bereit. So, der erste Schallpanzer... Ne, der Trike war das. Okay. Diesmal bitte nicht auf den Sammler schießen, ja. So, jetzt ist der erste Schallpanzer da.